Auf der Suche danach habe ich alles geopfert. Eine Welt in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Eine zeitlose Macht mit grenzenlosem Wissen, unstillbarem Hunger. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Bis ich ihn fand. Frank Stone. Den Schlüssel. Den Killer. Ich bin Augustine Leber. Ich werde unsere Welten für immer ändern. Ich bin Augustine Leber. Ich bin Augustine Leber. Ich bin Augustine Leber. Das war's für heute. 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 Und zwar, verdammt, The Casting of Frank Stone. Genau, so heißt das Spiel. Ich will immer The Calling of Frank Stone sagen, aber es ist das Casting. Dieses Spiel ist so ein kleines Crossover mit Dead by Daylight, soweit ich weiß. So erwarte ich mal, dass da ein bisschen Background kommt, was es mit Antitus und dergleichen zu tun hat. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Nicht wundern, es ist gerade nur die Demo. Das Spiel kommt aber am 3. September raus. Und wer wird's natürlich spielen? Richtig, ich. Aber ich dachte, ich bringe es euch heute mal ein klein bisschen näher. Vielleicht weckt das ja bei den einen oder anderen auch die Kauflaune. Man weiß es ja immer nicht. Da würde ich mal sagen, gucken wir doch jetzt einfach mal rein. Wie reagieren wir denn? Ernst oder besorgt? Muss ich ein paar Fragen stellen oder besorgt? Du und der Hund seid im Wachdienst, seid der Wachdienst fürs Werk. Okay, ach, besorgt. Komm, wir sind guter Cop. Also, du und der Hund? Merlin. Merlin. Ihr schiebt Wache im ganzen Werk? Ich weiß, ich weiß echt übertrieben. Aber mal ganz unter uns. Wir kriegen das schon hin. Aber ich weiß nicht, wo er sich heute rumtreibt. Vielleicht hat er Angst vor mir. Angst vor dir? Ha, ha, ha. Der war echt gut. Thomas Jefferson Holt heiße ich. Nenn mich Tom. Officer Sam Green. Bist aber keiner von Kusic Deputies. Mein Captain hat mich Sheriff Kusic unterstellt als Unterstützung für die Dauer dieser Ermittlungen. Ah, du meinst den vermissten Jungen? Richtig. Missbilling. Hast du was getrunken, kritisch? Irgendwas Verdächtiges bemerkt? Ah, kritisch. Mein Gott, soll er sich was gönnen? Ich habe etwas Verdächtiges am Stahlwerk bemerkt. Heute? Heute Nacht, die letzten Nächte, egal was es war. Nee, gar nichts. Nichts? Gar nichts. Verdammt, wenn du mir nicht glaubst. Frag den Sheriff. Sheriff Kusic war hier? Er kam gestern Abend vorbei und fragte genau das Gleiche. Und ich habe ihm das Gleiche erzählt wie dir. Der Junge kann unmöglich hier sein, ohne dass Merlin und ich davon wissen. Was hat der Sheriff gesagt? Okay, Tom. Dann ist er zurück ins Auto und weg. Hm. Vielleicht hast du ja auch den Jungen in deiner Gewalt. Ich meine, was haben wir denn am Anfang gesehen? Dieses Schwarz-Weiß-Bild. Das könnte der Hund Merlin gewesen sein? Und derjenige da auf dem Stuhl, der ihn getätschelt hat? Nun ja, das könntest du gewesen sein. Weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Aber im Hintergrund hat man doch ein Kinderrufen oder Schreien oder Geräusche gehört. Hm. Ah, zweifelnd. Mir hätte Sheriff nicht gesagt. Nö, ich zweifle mal. Und der Sheriff sagte nur zu dir, okay, Tom? Also, nicht wortwörtlich. Naja, eigentlich sagte er, okay, Teufel. Teufel? Ja, Teufel. So nennt er mich seit dieser Sache im Jahr 54, als ich ein UFO gesehen habe. War dann doch nur ein Luftschiff auf Abwägen. Dann kann man sich schon mal irren, oder? Klar. Aber da ging's los mit dem Teufel. Lange Zeit wusste ich gar nicht, was er meint. Bis ein netter Mensch in der Bibliothek für mich nachschaute. Weißt du denn, was das heißt? Kannst mir denken. Teufel ist ein Idiot! Der Sheriff dieser Stadt, meiner Stadt, nennt mich ein Idiot! Mitten ins Gesicht! Zehn verdammte Jahre schon! Weißt du was, Sam? Du wirst es mir sicher sagen. Lloyd Kusic ist eine Schande für seine Marke und sein Amt. Die Leute in Cedar Hills verdienen einen Sheriff von einem anderen Kaliber. Einen, der ihre Anliegen ernst nimmt. Ist das vielleicht zu viel verlangt? Finde ich nicht. Genau. Hey! Ich wette, du bist ein zehnmal besserer Cop als Kusic. Dann hast du nichts dagegen, wenn ich mich mal umsehe? Ich begrüße es, Sam. Zeig diesem überheblichen Mistkerl, wie man richtige Polizeiarbeit macht. Ich weiß nicht, ich vertraue diesen Tom nicht. Der Stahlberg. Ich habe ja früher auch DVD gespielt und ich glaube, da gibt es auch eine dementsprechende Map. Spielt das jetzt die ganze Zeit da im Stahlberg oder kommen wir später auch noch in andere Locations? Das sieht schon gruselig aus. Nun gut, können wir uns... Ah ja. Finne einen Weg ins Stahlwerk. Verwende Dollarzeichen K, um dich zu bewegen. Also linker Stick und verwende den rechten, um dich umzusehen. Okay, das ist so dieser Klassiker. Alles klar. Geht auch schneller laufen. Nö. Schneller laufen ist nicht. Eine schöne Eisenbahn. Ich mag Eisenbahn. Naja gut, wir hätten es hier bestimmt auch einen Schlüssel irgendwie geben lassen können, oder? Schauen wir mal. Ach, nicht wundern, dass es hier anscheinend nicht ganz so fließend aussieht. Aber, wenn ich MSI Afterburner frage, dann... Ist das so ein Schild... Storage Sheet? Ah. Ähm. Sagt der mir, ich habe 80 bis 120 FPS. Ich habe auch mal geguckt und die Einstellung von Ultra dann mal auf hochgestellt. Aber es ist trotzdem so... Hm. Naja, vielleicht ist es im fertigen Spiel dann anders. Ich habe es auch mal bei ein paar anderen jetzt mal so kurz reingeschaut gehabt. Ganz kurz am Anfang. Und da... War es nicht anders. Also gehe ich mal stark davon aus. Es liegt nicht an der Leistung des Rechners. Was haben wir denn hier? Frühschicht, Spätdienst, Nachtschicht. Mhm. Ah, was ist denn da? Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen. Stone? Vielleicht Frank Stone? Um die Lücke zu füllen, drei halbe besetzte Schichten bringen nichts. Ein paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Hab dem Simpel vorne gesagt, dass erst mal keiner mehr nachts arbeitet. Pax. Okay. Dienstplan. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob es hier wie in den Dark-Picture-Spielen auch irgendwelche Sachen gibt zu finden. Ja, durch die Tür kommen wir aber nicht hier, ne? Nein. Leider nicht. Leider gar nicht. Ah, was haben wir hier? Nehmen. Ah ja. Huch. Na, guck mal an. Was haben wir denn hier? Mitarbeiter, persönlicher... Äh... Personalakte. Einstellungsdatum. 4. Februar. Nachname. Äh... Bevorzugter Name. ET. FA. Frank Stone? 17. 17.4. 27. Berufsbezeichnung. Mechanikeradresse. Single. Hau... Baba. Okay. Vorstrafen. Körperverletzung. Raub. Oh. Äh... Wahrscheinlich vorzeitig entlassen. Okay. Fünfträume. 3. Billige... Tationen. Fünfträume. Hm. Okay. Naja, gut. Personalakte. Ein Steilwerksmitarbeiter hat einen Job, der... Da war er wieder zu langsam. Das ist typisch für mich. Ah, gucke mal hier. Verschieben. So. Naja. Okay, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aktion. R2. So. Rechte Schultertaste. Zwei. Äh, die untere. Führt dann die Aktion aus. Okay. Dann hier sind wir rausgekommen. Dann gucken wir doch mal hier rein. Öffnen. Natürlich. Ja, so sollte es auch sein in der Nacht. Okay, ich kann mich... Mhm. Ja, und manche Einblendungen funktionieren auch nicht so richtig. Das habe ich in dem Einstellungsmenü gemerkt. Dass da manche Sachen nicht angezeigt wurden. Und es ist immer schlecht. Ach. Mit L1. Ah, okay. Gut. Und jedenfalls habe ich dann... ...zwar Einstellungen machen können, aber... ...konten... ...konten nicht sehen, wofür sie gut waren. Und so sch... Ich denke mal auch, dass das in der Vollversion dann alles behoben sein wird. Genauso wie die Performance angepasst sein... Warte mal. Ah. Die Performance dann wahrscheinlich angepasst sein wird. Dass so diese... ...komischen Ruckler... ...diese Mikro-Ruppler... ...Ruppler... ...Ruckler. Wer ist da? Und... ...ähm... ...die Performance dann einfach ein bisschen... ...besser angepasst sind. Wie schaut es denn eigentlich mit euch aus? Spielt ihr TBD? Oder... Also ich... ...ich habe es eine ganze Weile gespielt gehabt, aber irgendwann... ...ja, es ist schlussendlich dann immer wieder dasselbe. Kurz nach neun. Hoch. Hey. Mister. Nenn mich Officer. Green. Klar. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein. Leider. Ah. Alles okay? Ja. Ja, aber... Verdammt, riechst du das denn nicht? Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Oh. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Wie riecht es denn? Nichts Gutes. Es riecht nach Tod. Ganz bestimmt. Ja, man hat ja auch so komische... Hört ihr das so? Leicht wässrige Geräusche. Irgendein Tier, was irgendwo drin rumknabbert oder so vielleicht. Ah. Oh. Wir haben uns schon gewundert. Oh. Komm zurück! Verflick's nochmal! Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernen. Gottverdammt. Ihhh. Was zum... Äh? Ähm. Was ist das? So mehr dringen kann ich nicht. Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind dein Team. Wer drängt sich zwischen einem Mann und seinen besten Freund? Eine Frau. Was ist das? Irgendein Würstchen? Ähm. Nicht ganz. Ein Ohr. Jetzt hör aber mal auf, du. Kannst nicht riechen, willst du besser hören? Hier. Schau dir das mal an. Der verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Hm. Dafür gibt's erstmal keine Beweise. Dafür gibt's keinen Beweis. Was wir... Tu dir einen Gefallen und vergiss das wieder. Heute Nacht lagst du mit all deinen Vermutungen daneben. Naja, jetzt mal nicht so unfreundlich. Warte mal, das... Das hat er aus der Tonne. Wer steckt da menschliche Überreste in der Tonne? Die Mafia. Die waren das bestimmt. Oh, Werkzeugkasten. Dbd-Wipes, ja? Werkzeugkasten, um schneller die Generatoren zu reparieren. Warte mal. Könnte das... Okay, da oben links könnte König sein. Erd. Hm. Der Rest... Nun ja. Alles klar. Alles klar. Ach ne. Ich dachte, der hätte kurz gefunkelt. Geht da und da drunter leuchtet's. Wo führt das hin? Also, was ist das? Was geht da? Ja, wozu ist es da? Ach, gehört. Zum Schmelzofen, glaub ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite bei... Nicht im Stahlwerk. Hm. Oh, das ist ne gute Aussage. Okay. Nein, jeder Dbd-Spieler weiß, geh nicht in den Keller! Na, was hast du gesucht? Du hast noch was gesucht? Ich suche auch noch was, aber ich hab nichts gefunden. Meinst du die Tür hier? Äh, nö. Ne Palette. Ach, willst du da rüberkriechen? Ah ja. Na, dann machen wir den Kriecherins-Gen nochmal hier rüber. Hm. Oh. Brecheisen. Schön. Ah, sieht wie ein brechiges Eisen aus, ja. Manche Gegenstände können mitgenommen werden und später verwendet werden. Ah ja. Alles klar. Oh, die Geräusche sind aber auch die, die man aus Dbd kennt. Ja, vielleicht um die Tür da hinten jetzt aufzumachen, kann das sein? Wär das ne Idee? Oder das Gitter hoch, je nachdem. Wenn's nicht die Tür, dann wahrscheinlich das Gitter. Ah ja, siehste? Schlauer, Scotty. Ja, der kann dir schon ein bisschen helfen. Brücke wiederholt. Boah, die Zeit abläuft. Ah ja. Ja, du Tier, du kriegst das Gitter hoch. Ja, die Dinger können scheiße schwer sein. Das... Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Das... Wo willst du hin? Glaubst du echt, der Junge ist da unten? Keine Ahnung. Hab nur so ein Gefühl. Und das ist kein gutes Gefühl. Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Na klar. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Oh, ich weiß nicht. Unterstützend, frustriert. Naja, unterstützen, was anderes würde es nicht bringen. Aber ich hab immer noch die Vermutung, dass der Dude da irgendwie mit drin hängt. Also, ja, gib einen Schlüssel zum Auto und gib ihm gleich noch das Beweisstück. Ja, natürlich. Clever. Ich brauche deine Hilfe, Tom. Sonst würde ich nicht fragen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Nicht umsonst heißt es höhere Berufung. Wachs über dich hinaus. Du schaffst das. Ich... Ja. Ich schaffe das. Hey. Ich zähle auf dich, Tom Holt. Ah, bei solchen Spielen bin ich immer sehr... Schicksal geändert. Du hast Tom ein... Ja. Ja, jetzt aber mal ehrlich. In solchen Spielen bin ich immer skeptisch. Ich traue grundsätzlich erstmal niemanden. Aber wenn ihr die Dark Pictures Teile und The Quarry und dergleichen gesehen habt, ja, dann wisst ihr ja, wie ich... ... in solchen Spielen bin. Oh, warte, da war doch was. Oh. Warte mal. Ist das eine... Ist das eine Polizeimütze? Ähm... Ähm... Es ist ja vielleicht... Haben wir den Sheriff überhaupt schon mal im... Revier wieder gesehen? Okay. Ah. In den verbogenen Windeln... Windeln. Winkeln des Stahlwerks. Ja. Findest du. Genau. Man. Und heute echt zu langsam beim Lesen. Ja, war ein langer Tag. Ne, wollen wir da schon wieder hoch? Ne, ich will mal hier hinten gucken. Bisschen Kukarinski machen. Okay. Tür. Nicht. Nicht durch. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Achso, und wenn ihr das Game, wie ich, auf PC zocken wollt, äh, kein Problem. Geht auch mit dem PS5-Controller. Nur müsst ihr in den Einstellungen dann, äh, wenn ihr das wollt, dann auf die, äh, Playstation-Symbole umstellen. Standardmäßig ist erstmal Xbox. Xbox, wer bist du? Okay. Na, nimm mit! Das, nimm... Boah! Okay, dann halt nicht. Ja. Hust, hust, husti, hust. Ich höre Geräusche. Ich würde drauf hätten. Knochen. Achso. Gut, er macht nur Kukarinski. Dann gehen wir hier mal weiter runter. Das glaube ich. Zum Glück gibt es weder Geruchsfernsehen noch Geruchsspiele. Gottes Willen, da würden wir in manchen Games hier ziemlich abkotzen. Genau, das wäre die beste Verbindung. Geruchsspiel und dann in Verbindung Geruchsfernseh, Handy oder Tablet. Ach, in der letzten Statistik habe ich im Übrigen mal gesehen, dass es tatsächlich, äh, viele Leute gibt, die, äh, meine Let's Plays. Ach, ne, um Fähigkeiten-Check zu schaffen, drücke X, wenn sich der Zeiger in der Erfolgszone befindet. Oh, wie in DBD. Ach, nein, das habe ich da schon immer verkackt. Und wieder dieselben DBD-Geräusche. Oh, nein. Nein. Oh Gott, das wird sowas von schief gehen. Ja, okay. Da müssen wir wohl durch. Da musst du durch als Leuch. Okay, da tut sich nichts. Ne, aha. Ja, achso, gedrückt halten. Ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber ab dem 3. September kann ich mich dran gewöhnen. Und ihr hoffentlich auch. Wenn ihr mir brav die Stange haltet und, äh, das, äh, Let's Play dann guckt. Heißt das, die Stange halten? Ah, verdammt. Das klingt wie ein Baby. So eine verdammte. Ja, das denke ich mir auch gerade. Warte mal. Eine Wiege. Scheiße. Da hat man gerade aber nichts drin gesehen. Äh, Rampe oder Leiter? Leiter ist, glaube ich, schneller. Aber da stand wer. Wow. Oh, super. Hey. Sogar perfekter Check. Wäre das jetzt in DVD gewesen. Oh, nein. Oh, nein. Weiße. Den kenne ich doch. Ähm. Verwende R, um zu ziehen und drücke. Ah, ja. Warte. Äh. Ich weiß gar nicht. Muss ich da richtig zum anderen Kreis hoch oder war ich jetzt nur in der Nähe? Habe ich jetzt nicht aufgepasst, wie sich das fällt. Oh, nein. Oh, nein. Aufgehakt. Diese ganzen, oh, nein. Diese ganzen Anspielungen auf DVD. Ich liebe es jetzt schon. Da ist ein Rohr. Kein Haken. Scheiße. Alter, du bist ein Tier. Das schafft so leicht keiner. Schicksal geändert. Du hast dich selbst vom Rohr befreit. Ja, man kann sich in DVD auch vom Haken befreien, aber in den meisten Fällen funktioniert das nicht. Man kann sich da befreien, aber in den meisten Fällen funktioniert das nicht. Das ist auch clever. Okay. Ah, schneller. Du hast Frank Stone erschossen und das Kind, ich hoffe, gerettet. Du warst also Frank Stone. Schlaf schön, du Arschloch. Ähm. Der Entitus. Die Geräusche. Der ist nicht tot. Aber wenn man DVD kennt, dann diese Geräusche hat. vom Entitus oder wenn du aufgehakt wirst oder einen Skillcheck bestehst und so. Das ist toll, wenn man es kennt. Ah ja. Da sind die Krallen von Entitus. Was? Das war's jetzt. The casting of Frank Stone. From the world of Dead by Daylight. Spiel kaufen oder zurück? Ja, Freunde. Okay, dann haben wir die Demo auch schon geschafft. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vorgeschmack gefallen und ihr freut euch dann, naja, ab 3. September auf das Let's Play dazu. Ich sage einfach mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.